Musik Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen. Seit 1976 ist sie die Bildungs- und Forschungseinrichtung des Bayerischen Umweltministeriums für einen modernen Naturschutz und innovative Umweltbildung. Die modernen Tagungsräume im ehemaligen Kapuzinerkloster bieten einen idealen Rahmen für ein umfangreiches Seminarprogramm. Durch Veranstaltungen und Publikationen soll Bildung vermittelt werden. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, die Natur, die Erde und ihre Ressourcen auch für kommende Generationen zu erhalten. Mit über 100 Veranstaltungen ist die Akademie ein lebendiges Kommunikationszentrum, in dem nicht nur Wissen vermittelt wird. Hier will man die Menschen interessieren für die Umwelt, für die Lebensräume und die Kreisläufe der Pflanzen- und Tierwelt. Und das gelingt am besten vor Ort in der Natur. Aber auch die Naturschutzforschung ist ein wichtiger Aufgabenbereich der Akademie. Und das nicht nur im Labor. Die Forschungsergebnisse werden in der Naturschutz- und Landschaftspflegepraxis umgesetzt. Ein Team von über 10 Wissenschaftlern ist in der Akademie in den unterschiedlichsten Fachbereichen des Naturschutzes im Einsatz. Mit viel Engagement sollen vor allem auch junge Menschen für die Natur und ihren Erhalt gewonnen werden. Durch berufsfördernde Ausbildung und außerschulische Umweltbildung. Denn auch die kommende Generation steht vor großen globalen Herausforderungen. Die Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Ein modernes Bildungszentrum, das dazu beiträgt, Naturschutz auch in Zukunft aktiv zu gestalten. Und das dazu beiträgt, Naturschutz und Landschaftspflege.